ein Jahr bis dahin jetzt geht es an die Gertrude ich nehme jetzt einfach ein paar Folgen am Stück auf die Frisur passt würde ich jetzt mal sagen gut Gertrude Gertrude das muss doch ein bisschen dicker werden bist aber Teenager obwohl das ist übertrieben nee wir müssen die Max nochmal machen obwohl wisst ihr was die Gertrude wir haben was vergessen bei der Isabelle die müssten wir noch genau gut ähm die machen wir mal passt das zu ihr ich würde ja nichts sagen ja klar nehmen wir den ok dann ich lasse die jetzt nämlich einfach so ich sehe nämlich ganz nur das für die sie sieht so als auf keiner Weise irgendwie so aus wie die alte Gertrude aber das ist mir jetzt egal so essen nö kreativ kann sie sein ähm Autorin nehmen wir das mal was achso naja will ich jetzt aber nie sie ist dann eher eine Einzelgängerin kann das auch irgendwie weggehen oder so danke also da kann man nur ein paar auswählen ok hat er gerade mal keine Kinder ja vielfrau das kindisch vor höh öh 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 bücherwurm ja ok Gert Gert Ups Gert genau Gert Rude habe ich es richtig geschrieben Gert Rude ja Mollig ok dann kommt jetzt gleich noch der Max aus ausengestalten ja das das passt ja schon was hat denn die überhaupt so jetzt dann das passt das passt das passt das passt das passt auch ja das passt du bist aber männlich ähm und beziehungsweise das ist die Mutter und das ist die Schwester ähm das ist die achso Moment mal achso ja ok und wieso das heißt ein Tänischer sein ja der kommt vom Gesicht hin jetzt vom Gesicht her meine ich jetzt echt fast nah ran ne das aber nicht so das muss man jetzt aber schon mal sagen ich meine er ist ja der normale kann man wirklich fast so lassen bis auf das natürlich ähm ähm äh 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 ne das ist übertrieben und zwar machen wir das jetzt das ist auch übertrieben machen wir das jetzt oder so äh äh ach scheiße äh irgendwie pfff nö äh es tut mir leid wenn ich jetzt nicht zu viel erstelle oder sowas wahrscheinlich für euch eh besser ist weil ich meine die gleiche Sims nochmal erstellen äh so ähm ja das tut es doch nicht ähm denn er kann mit das Teenager so schon Bart haben naja ok dann was ist das das nö nö die das an ähm Sportbekleidung das passt 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 sagen wir mal passt ok dann machen wir da die pff keine Ahnung machen wir ihn sportlich das war der jetzt achso ok genieße genieße ähm kindisch uuuh Puxeloid Dramas ok und das ist jetzt der Max Mollik gut dann würde ich sagen ok Mollik ja jetzt bin ich gespannt was mich jetzt erwartet ho deine Sims brauchen einen Ort um was brauchen einen Ort zum Leben mein Glück haben mein perfekte Glück haben bläh so Welt wählen ach so ist das jetzt ok kann ich mich hier irgendwie bewegen glaube ich eher nicht oder ähm Sims können nur auf Wohngrundstücken wohnen ja das ist mir auch schon klar das Grundstück kannst du dir nicht leisten dieses Grundstück kannst du dir nicht leisten du musst ein unbewohntes Grundstück ja Entschuldigung ja was kann ich mir überhaupt leisten hä das kann ich mir leisten das kann ich mir auch leisten das ist ja auch ein Bett wir sind zu dreht achso das ahja ok ich weiß schon ja wir nehmen am besten mal wie viel haben wir überhaupt 24 ok Möbel was nö Möbel was ist das ist Mini aber scheiß drauf wenn ich mal so ein Haus kaufe denke ich mir auch einfach scheiß drauf es ist billig ja tust du jetzt weiter ich will nicht deine DNA sehen wieso Kontrolle übernehmen ja halte was halte die rechte Mausdrasse gedrückt und bewege die Maus um die Kamera zu drehen hallo ah ok Kamera ändern ne das brauche ich jetzt nicht kann ich das abbrechen bitte auch mal Aktions ja ja ich kenne das schon also jetzt von Videos selbstständigkeit ja ja ok darf ich jetzt bitte spielen ach du scheiße darf ich jetzt bitte mal spielen ich will spiel ja jetzt 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 reicht es dann aber was denn sie mit inspiriert möchte kochen sie jetzt abel derbe dann koch was hallo kochen ach so das kostet was dann mach Grillkäse Familiengröße Einzelportion minus 3 Simoleons ok jetzt haben wir leider nur 2 ach Gott die Steuerung die neue Steuerung ist ungewohnt für mich wir brauchen noch ein Bett auch gut dass man sich jetzt so auch bewegen kann das konnte man glaube ich bei Sims 3 nicht oder ich weiß es nicht auf jeden Fall das war klar halt deine Fresse ich mach halt das bitte einfach so jetzt achso ich wollte nicht in den Baummodus ich wollte nicht in den Baummodus live Modus danke okay so stock runter stock achso da ist nichts wenn die Kamerastriodung Pinnwand ok schwer spüren ich mag nur kurz was schauen ähm blö blö ich speichert es aber einfach mal wenn man mal so zu sich hat gut ähm ich wollte eigentlich in den Kaufmodus wenn das mal gehen würde oder ist es jetzt im Baum nicht in die Galerie äh Leute es tut mir wirklich leid es tut mir wirklich unendlich leid das ist ist ebenso wenn man einen hundert hat so Leute ich würde jetzt auch sagen wir lassen das jetzt zum letzten wieder vollkommen durch ähm und ja ich hoffe das hat euch jetzt nicht gestört wir sehen uns dann hoffentlich das nächste Mal wieder bei die Sims 4 und ich muss euch sagen wir schauen uns dann mal die Stadt an in der nächsten Folge und dann danke fürs Zusehen und Ciao Leute und dann